servus miteinander und herzlich willkommen zu einer kurzen info ja morgen ist es wieder soweit es gibt einen live stream auf twitch zu sehen natürlich geht es los wie immer ab 20 uhr euch jetzt noch ein schönes wochenende und dann sieht man sich morgen würde ich sagen macht's gut bis dahin servus